Die Faszination für mich beim Skifahren ist die Kontrolle des Skis auch bei hohen Geschwindigkeiten. Ich bin ein ruhiger Typ und das hilft mir bei den wichtigen Rennen weniger nervös zu werden. Mein grösster Erfolg war letztes Jahr an der Schweizer Meisterschaft im Super G und Abfahrt, die ich gewonnen habe. Mein Ziel für diese Saison ist regelmässig in den europäischen Punkt zu fahren und an der Junioren WM in Davos in der Speed Disziplin in die Top 5 zu fahren. Seit ich 14 und 15 war, kenne ich die Einstrecke und das gibt mir sicher einen gewissen Vorteil. Mein Name ist Lars Rösti und bin Skirrennfahrer. Angela Gear App Gear Azsa